Nun etwas ganz anderes. Wir wollen etwas zusammensingen. Sehr liebwürdig, wenn Sie mich für meinen nächsten Vortrag unterstützen und alle ein bisschen mit mir mitsingen. Sie können mitsingen, mitsummen oder mitfeiten, worauf Sie gerade Lust haben. Ich spiele ein Potpourri meiner bekanntesten Schlager. Das sind dies alles Lieder, die Sie kennen, die Sie schon mal irgendwo gehört haben, da man sich aber für die Namen der Verfasser und Komponisten meistens nicht so sehr interessiert, so nehme ich an, dass Sie gar nicht wissen, dass diese Lieder alle von mir komponiert sind. Ein Potpourri mit Chorgesang. Wenn du einmal dein Herz verschenkst, dann schenke es mir sehr gut. Und wenn du mal ans Küssen denkst, dann komm zu mir. Meine Liebling, ich erwarte dich vor meiner Tür. Und ist mein Zimmer noch so klein, es reicht bestimmt zum glücklich sein. Drum, wenn du mal dein Herz verschenkst, dann schenk es bitte mir.